Meine Lieben, ich wünsche euch wundervolle Festtage und natürlich alles Gute für 2021. Und heute öffnen wir das letzte Türchen vom Schlager für alle Kalender und es gibt die Vinyl von DAS Album zu gewinnen. Und dazu wünsche ich euch natürlich viel, viel Glück und sage noch mal alles Gute auch fürs neue Jahr und eine Bitte bleibt gesund. Euer Thomas Anders Ich fühl mich immer noch zu Hause hier bei dir Versuch's noch mal mit mir Ich fühl mich immer noch zu Hause. 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 Bis zum nächsten Mal.